Hallo ihr! Heute zeige ich euch, wie ihr auf eurem Smartphone die Roaming-Daten ausstellt. Bei Android-Geräten gelangt ihr über Einstellungen und weitere Einstellungen zu mobilen Netzwerken und damit auch zu Roaming-Daten. Hier könnt ihr sie mit dem Häkchen aktivieren bzw. deaktivieren. Bei iOS-Geräten muss man ebenfalls über Einstellungen die Option Mobiles Netz und dann Daten-Roaming wählen, um diese auszustellen. Roaming kann im Ausland zu sehr hohen Extrakosten führen. Am besten deaktiviert ihr das Daten-Roaming noch solange ihr in Deutschland seid und schaltet die mobilen Daten aus, bevor ihr im Ausland ankommt. Mehr zu Kosten fallen erfahrt ihr im Abo- und Abzocke-Bereich auf www.handysektor.de Euch noch einen schönen Tag und bis bald!